Eine Zivilisation zu erhalten durch Sicherheiten ist eine Frage des Staates. Seine Funktion als Rechtsstaates ist zu stärken, um Korruptionen und Machtmissbrauch nicht zu billigen. Weitere Aufgaben des Staates ist auch die Umweltbelastungen zu vermindern. Der CO2-Ausstoß in einer anderen Energieform durch einen Umbau der Wirtschaft fordert, das mit Arbeitsplatzverluste verbunden ist. Der Staat auch hier mit der sozialen Absicherung gefordert wird. Der Staat Maßnahmen zur Weiterbildungen für arbeitssuchende Bürger stellen sollte, wie er den Unternehmer mit Kurzarbeitergeld unterstützt. Einer Energieumstellung bedarf es, da höhere Kosten für fossile Energie anfallen. Der Staat eine kurze Zeit eine Entlastung der hohen Kosten den Bürger mit unterstützt, bis der Energiewandel komplett durchgeführt wurde. Der Energiewandel auch Unternehmen und Arbeitnehmer nicht vor Arbeitslosigkeiten und Insolvenzen schützt. Das mehr Korruptionen und Machtmissbrauch bringt.